So hallo der Heimwerker wieder mal. Wer sich wundert ich bin jetzt im Bad von uns und mache jetzt das Video für dieses Haartrocknungssystem und erkläre mal kurz bevor ich dann ins Detail gehe. Das ist jetzt ein Teil davon, ein Teilbrüsten. Hier ist noch ein Teilbrüsten. Das ist alles wieder so. Art Bionettverschluss mit dem Hauptteil. Das ist das Hauptteil und das Bionettverschluss nennt man das. Weil man das aufsetzt und verdreht. Das heißt dann, dass früher die Bionette auf die Gewebe auch versetzt wurden. Das ist jetzt der reine Haartrockner, der hier die Luft austritt. Und der zieht hier Kaltluft ein. Hier kommt dann insgesamt die gesamte Wärme aus. Erstmal soviel dazu. Zu dem Gerät. Dann wieder mal Bedienungsanleitung und da kann ich mich dann auch wieder hinsetzen. Eins, zwei, drei, vier Seiten übersetzen. Weil alles nur in Englisch ist. Meine Frau hat den Haartrockner benutzt und hat dann gesagt, dass er sehr sehr heiß wird. Er hat keinen Schalter, wo man die Temperatur mit regeln kann. Dann habe ich gesagt, okay. Ich gucke mal nochmal in die Bedienungsanleitung. Und habe sie da. Hier unten steht dann, dass die Stufe 1 eine moderate Temperatur und die einen beiden anderen sind dann heiß und heißer. Was das jetzt genau heißt. Tja, wie gesagt, erschließt sich mir jetzt so nicht. Ich müsste mich jetzt wieder hinsetzen. Wie gesagt, vier Seiten von Englisch ins Deutsch übersetzen, damit ich hier eine vernünftige Produktbeschreibung habe und damit ich auch die Sicherheitsweise gerade die dann richtig lesen kann. Und das ist nicht, also das funktioniert irgendwo nicht. Und was hierzu zu sagen ist, ich habe an dem Tag, als meine Frau das verwendet hat, den Haartrockner ist mir was aufgefallen. Sie war hier im Bad. Ich war in der Küche, Frühstück gemacht und für uns. Und der ist ja lauter als der andere, den sie hatte. Und habe mich dann mal auf das konzentriert, weil man hört es ja immer, wenn sie sich die Haare dann trocknet, die Haare föhnt. Und wie gesagt, der ist ganz schön laut. Gegenüber einem normalen Pistolen, den man so kennt vom Pistolengriff, Haartrockner. Ist der doch relativ laut. Dafür, für die sehr hohe Lautstärke, muss ich leider schon mal einen Stern abziehen, weil wenn der Nachbar da mithört, ist ja bei uns jetzt nicht der Fall. Wir leben hier in dem Eigenheim, mein eigenes Haus. Da habe ich jetzt keinen Unmieter, der irgendwo da mit über mir oder so wohnt. Da ist das eigentlich kein Thema. Aber ich sage mal, in Mietwohnungen ist es doch relativ hellhörig immer. Und da ist es dann auch, da wird der Nachbar dann sagen, ja, Frau, wieder mal die Haare geföhnt. Wieso? Da habe ich doch gehört. Sie haben sich frisch die Haare gewaschen und geföhnt. Ach so? Ja. So meine ich das jetzt. Wenn das mein in der Mietwohnung Nachbar wird, dann werde ich mich mit dem Dick die Haare gefühlt haben. So ungefähr. Also er ist definitiv lauter als den anderen, den er hat. Und durch diese Regelung mit dem Power-Schalter, die Temperaturregelung, muss man sich erst mal reinfuchsen und hat eigentlich, kann dann nur nach Gefühl eigentlich dort sich die Haare föhnen. Wenn man sagt, ja, das wird, ist jetzt doch ganz schön, ganz schön heiß. Ich bin mal Stufe zurück oder keine Voreinstellung. Das muss man dann mit der Zeit dann selber ausprobieren. Aber wie gesagt, Lautstärke und die Bedingungsanleitung, dass ich die übersetzen muss, um zu sehen, um zu wissen, wie ich die Temperatur regle beispielsweise. Ist ja auch eine Sicherheitsfrage. Ist für mich dann doch recht umständlich. Und bevor ich hier bei einem neuen Gerät, was ich mir zulege, muss ich die Anleitung lesen. Das ist mir klar. Das ist keine Frage. Aber wenn ich mich erst hinsetzen muss und muss diese ganze Bedienungsanleitung erst übersetzen und dann kann ich mit dem, mit der Rätschaft loslegen. Also sage ich mal, nee, also beim besten Willen nicht. Und nochmal ein kleiner Tipp an die Hersteller. Wenn sie schon weltweit verkaufen oder sagen sie, sie verkaufen das jetzt nach Europa, warum lässt man da nicht auch die dementsprechende Anleitung in den Kartons verschwinden, die die dementsprechende Sprache dann aufweisen. Also wie gesagt, der ganze, das ganze System, es ist nicht schlecht gedacht. Achso, und noch was dazu. Meine Frau hat zu mir gesagt, man mächtig heiß. Sie wollte den Kopf wechseln, wollte jetzt von dieser großen Bürste auf eine andere Bürste und konnte es nicht anfassen. Das werden wahrscheinlich diese Handschuhe dafür sein. Aber diese Handschuhe machen das auch nicht wett. Das ist ein normaler Baumwollhandschuh. Der, wenn der richtig, richtig heiß ist, kann man sich da auch mit den Finger verbrennen. Also der Handschuh, die haben das schon mitgedacht. Ja gut, wir packen immer eine Handschuh rein, dann kann man das dann wechseln. Aber da verbrennt man sich trotzdem die Finger. Weil das ist, das ist kein, kein Temperatur, ähm, ja, beständiger Handschuh, sondern das ist einfach nur ein Baumwolle, ein Baumwolle Strickhandschuh. Vor allem dünn gestrickt. Der ist sehr dünn und da verbrennt man sich trotz alledem noch die Finger mit dem Teil. Also, mit Augen zu und, und, äh, mit sehr viel guten Willen gebe ich den ganzen 5 Sterne. Mehr nicht. Äh, Quatsch. Stopp, zurück halt. Mit Augen zu drücken und so weiter. 4 Sterne. Wegen dem. Anleitung nur in Englisch. Ähm, zu laut. Und dann, äh, die Handschuhe, der Handschuh, der da mit dabei gepackt ist, der ist fast nicht zu gebrauchen, weil man sich doch die hängenden Finger dran verbrennt an dem, äh, äh, Gerät. Äh, somit sind das wirklich nur 4, 4. Jetzt tun es nochmal. 4 Sterne und mehr nicht. Leider. So.